Gehe hinter die Metallplatten in Deckung, um dich vor dem Eis durch Ohr und Blüte. The Heart is his weakness. If I can hit him there, it'll all be over. The Heart is his weakness. 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 I don't know. You finish what you started. The Heart is his weakness. 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 Links! 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 Rechts! Links! Achtung, wo wir sind! Was ist da? Du musst zurück zu Emma, so schnell wie möglich. Das ist ja Wahnsinn! Nicht mal die Taschen abbaue ich. Stockdunkel ist es hier. Finster wie ein Bärenpopo. Abgeschlossen ist es auch noch. Muss ich da lang? Habe ich doch meine Machete? Hm. Hm. Faucht in der Drache. Hier kann mir ja nichts passieren. Bis jetzt, ne? Achso. Ich laufe jetzt einfach los. Da waren Geräusche auf dem rechten Ort. Das hat mir nicht gefallen. Ich gebe ein Exel. Was ist das? Was ist das? Tower, Chapel, wo bin ich denn hier? Ah, Taschenlampe. Kann ich nicht nehmen. Vielleicht soll ich da lang? Guck. Hirside Inn. Okay. Tower, Shore. Ich muss über die Brücke, glaube ich, ne? Die Frau ist weg. Da drüben ist das Haus. Ich interpretiere hier gar nichts. Einfach nur Fakten. Ist der Nebeneingang? Wir gehen vornherein. Ich interpretiere hier gar nichts. Einfach nur Fakten. Die Polizei ist immer noch da. Also ist sie noch nicht weggefahren. Ah ne, das war ja der Cop. Nicht, dass wir den jetzt umgebracht haben. Warte mal, ich hab die Schlüssel. Achso, okay. Ja, ja, ja. Die Frau ist wichtig. Das hat immer so ein Geräusch, als würde irgendjemand daneben laufen. Emma? Emma? Where is she? Emma… Emma ist nicht da? Emma, Emma… Emma… Wo ist sie denn da? Emma… Ja, 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 also ich glaube auch, dass die... Die hat doch so komisch mit irgendjemand gesprochen, weißt du? Oh, die Musik, die macht der Kirre. Emma schläft bestimmt. Oh, das ist im Keller. Dass sie sich Emma verstecken muss, ja. Emma? Bist du? Emma ist bestimmt oben. Emma? Hier war eine Taschenlampe früher gewesen. Aber ich habe ja keine mehr. Dafür habe ich dieses Dingsbums hier. Emma? Emma, bist du auf Klo? Bist du sauer, Emma? Emma? Uh. Ich war nur kurz Zigaretten holen. Was ist das denn? Indische Stempelfigur. Okay. Uh, die ist, äh... Blei an. Emma? Merkt ihr, wie kalt das ist gerade? Ich glaube, die ist, äh... Ein bisschen ungehalten. Ähm, ja, Zigaretten waren aus. Emma? Er hat wieder hier gewesen. Diese Zeit... Was hat dir passiert? Warum seht ihr so? Ich, äh... bin da flippt und fahre in einem Stream. Ich bin immer... Blutig. Er hat zurückgekommen. Du hörst mich? Er hat uns immer verraten. Der Telefon funktioniert nicht. Vielleicht hat er die Wörter, oder... Das wichtigste ist, er hat nichts mit dir gemacht. Aber er könnte haben. Look what I found. Oh. God. I'm sorry. I shouldn't have left you alone. Did you meet the sheriff? Er... Er... Oh, die hat abgeschlossen. Das ist... Nicht gut. Warum hat sie abgeschlossen? Hallo? Wer hat denn hier geschlafen in dem Bett? Emma? Oh. Oder schlafen wir getrennt. Oh. Where did he get that from? An uncle from the KGB? Oh. Wladimir Ilyich Lenin. Oh. Jetzt ist er weg. Er hat nie die Möglichkeit bekommen, seine Zusammenfassung zu schreiben. Dieselbe Person, die uns das Leben zur Hölle macht, hat auch dem Leben des Sheriffs ein brutales Ende gesetzt. Ich rotiere mal. Verdammt, Nikolas hat all diese Ereignisse auch in seinem Tagebuch erwähnt. Es waren also weder Hirngespinste noch Übertreibung. Zu dumm, dass ich nichts von diesen Legenden gehört habe. Ich hoffe, hierhergezogen werden. Dann wäre ich natürlich nie hierhergezogen. Aktenzeichen. Blub, 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 blub. Vorfall, Vorfall, Hausfriedensbruch. Am Dienstag, dem 28. August um 16.12 Uhr hielt die Polizeidienststelle in Windham einen Anruf bezüglich eines vermeintlichen Hausfriedensbruchs sowie Sachbeschädigungen auf einem Privatgelände in Blackstone. Die Anruferin, eine Emma Stevenson, behauptete, dass sich ein unbekannter Einringling während der Abwesenheit ihres Mannes Zugang zu ihrem Privatgelände verschafft und die Reifen des Fahrzeugs von Mr. und Mrs. Stevens zerstochen habe. Ich muss mal zu den Reifen gehen, ne? Ergriffene Maßnahmen. Ich erreichte in den Ort des Vorfalls um 17.03 Uhr. Eine vorläufige Untersuchung bestätigte mit absoluter Sicherheit, dass die Reifen des Fahrzeugs von Mr. und Mrs. Stevens mit Hilfe eines Schaffengegenstandes zerstochen wurden. Fußerdrücke im Schlamm am Ort des Vorfalls deuten auf einen männlichen Täter hin. Ich werde mich mit dem Eigentümer unterhalten und im Anschluss an weiterführende Untersuchungen meine abschließenden Erkenntnisse zusammenfassen. Okay. Zusätzliche Anmerkung. Das Haus, in dem Mr. und Mrs. Stevensons wohnen, blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Um 18.50 Uhr herum ereignete sich ein Glück in der nahegelegenen Mine. Wenig später gab es mehrere Vermisstenfälle in der umliegenden Gegend. Nachdem die Leiche einer der vermissten Personen gefunden wurde, gab es Anschuldigungen gegen Jacob Hyde, einen der Eigentümer der Mine, der zufällig zur damaligen Zeit in diesem Haus wohnte. Die Leichen der anderen Vermissten wurden erst später gefunden, weshalb sich dunkle Legenden um dieses Haus ranken. Der Mörder konnte niemals gefasst werden. Oh oh. Was ist das? In der late 19. Jahrzehnte die Hyde-Familie, um die weitere Assoziationen mit den Anruf gegen Jacob Hyde, hat sich legalisiert ihren Namen Stevenson. Was? Warum hat der Sheriff das? Am I supposed to believe that my family and the Hydes are one and the same? That's fucking absurd. Someone would have told me if we had such stories in our family history. Wouldn't they? Unless, unless it's bullshit. Bullshit invented by the Sheriff. He wanted to set me up, mess with my head. Was he even a real Sheriff? Fuck, I seriously can't put my finger on this. Die Polizei verdächtigte also Jacob Hyde des Mordes an John Norton und seinen Sohn Nikolas wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. In seinem Tagebuch erwähnte Nikolas, dass er nach zehn Jahren der Abwesenheit wieder nach Hause zurückgekehrt war. Scheinbar hat er diese Zeit in psychiatrischer Behandlung verbracht. Es kommt mir bekannt vor, doch ich weiß nicht mehr, wo ich es einmal gesehen habe. Auf jeden Fall war es irgendwo in unserem Haus. Okay. Während der Durchsuchung des Familienanwesens der Hyde stießen der Sheriff und sein Stellvertreter auf einen Geheimraum, der sich direkt über dem Büro befand. Auf dem Boden der dunklen Kammer kauerte der jugendliche Sohn von Jacob Hyde, Nikolas Hyde. Weder dem Sheriff noch seinem Stellvertreter gelang es mit Nikolas zu kommunizieren. Der Junge reagierte auf keinerlei Reize. Vielleicht haben die Misshandlung durch seinen Vater ihn in eine Art Stupor versetzt. Der junge Hyde wurde in die Obhut von psychiatrischen Experten übergeben, die über seine weitere Behandlung entscheiden werden. Der Sheriff hat ein Haftbefehl gegen den Flüchtigen Jacob Hyde erlassen. Ein Kopf für Öl von 500 US-Dollar. Wow. Mordfall. Nach seiner Ankunft erklärte der Sheriff Daniel Plainview, der Unterzeichner, den Mann für tot. Beim Opfer handelt es sich um den seit zwei Wochen vermissten John Morton. Als Todesursache wurde erheblicher Blutverlust festgestellt. Das Opfer wies Stichwunden im Nackenbereich auf, die von einem scharfen Gegenstand womöglich an Messer verursacht wurden. Dabei kam es zu arteriellen Gefäßverletzungen. Darüber hinaus wies sein Körper multiple Schnitt- und Risswunden sowie Verbrennungen auf, von denen einige bereits wieder verheilt waren. Untersuchungen vor Ort ergaben, dass der Mann das Hillside ihn über die Straße durch den Wald erreicht hatte. Die Spuren des Mannes führten zurück zum Anwesen auf der anderen Seite des Flusses, das Jacob Hyde, dem Besitzer des Gasthofs und der Mine gehört. Der Verdächtige konnte jedoch nicht in sein Haus angetroffen werden. Es gab jedoch Anzeichen, dass er das Anwesen in aller Eile verlassen hat. Das wahre Geheimnis hinter dem Verbrechen in Blackstone Ende des Neuesten... Okay, da ist es mit der... Ein anderes Geheimnis. Ein hiddenes Raum in unserem Haus. Ich muss es schauen, dieser Mann könnte sogar da sein, wenn wir in den Weg waren. Too bad, dass ich es nicht über das vorher. Das ist es. Ich muss nur das Disc in der Öffentlichkeit wie in der Bildung. Ein Teil des Textes ist unsichtbar. Wie schaffe ich es, nun ihn lesbar zu machen? Über die Geschehnisse in der Nacht wird bei Tageslicht gerichtet. Was die Dunkelheit nicht preisgibt, wird vom Schein des Lichts offenbart. Na toll. Ich brauche eine Lampe. Einfach nur eine Lampe. Aha. Jetzt können wir noch ein Datum einstellen. Okay. 1864. AD. Ah, warte mal. Ah. Kann man den inneren ja auch drehen? Da müssen wir wieder A auf D stellen. So. Oder? Hatte ich jetzt gesagt? Oh Gott. Jesus points at the gate of hell. I don't get it. I don't think I want to. müssen Sie irgendwas in die Hand drücken. Aber was? Gate of hell. 1864 AD. 1864 AD. Äh. A das ist, Was hast du denn جt bar? Vamos ver focusser Putin. Vom ist jetzt cũng ich bin auf tomarsey. oder müssen wir aber hier ist das verstehe ich ja nicht wir lesen nicht rotieren passiert irgendwas 1864 aber da geht's ach Moment mal was will der denn hier haben wir sehen leider nicht auf dem auf dem Bild was er haben will hier da ist nichts weiter in der Hand Gates of Hell Tore zur Hölle achso warte mal ist das vielleicht eine spezifische Handhaltung ne ist das ein Hund ich weiß nicht was oder Tore Tore zur Hölle ist das ein Bild da aber hier ist ein Abdruck drauf ne aber ich weiß nicht was das bedeutet so den inneren Kranz können wir auch nicht bewegen äh ich kann's nicht bewegen also zumindest nicht augensch ok hier ich kann achso ich halte Maustaste gedrückt ja 1864 ad steht zumindest hier drauf das war ich nicht das hatte ich ja hier glaube ich eingestellt hier ad oben so und 1864 ist ja das hier ein anderes 1864 sehe ich hier nicht das war jetzt so meine Theorie aber wahrscheinlich warte mal warte 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 halt ich sieh's gerade ich kann nur das number that number sequence isn't random ok warte warte ist ist warte 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 Ist hier auf dem äußeren Ring auch irgendwie so was drauf? Warum? Warum? Ja, aber warum ist der Hebel da? Ist egal. Ein Zepter. Ich kann es schon weiß abfüllen. Wir beide haben durch das Loch in der Wand mit angesehen, was Vater dieser Frau angetan hat. Gefährliche Tiere zu jahmen macht am meisten Spaß. Wir beide? Vater? Lügner, Diebe, Mörder, Fälscher, Monster, Sadisten, er und ich. Okay. Da gucken wir gleich. Ich reise weite Strecken, ohne mich je von der Stelle zu bewegen. All denen ich begegne, haben zwei Gesichter. Eins ist menschlich, das andere das einer Bestie. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte erst mal lesen. Toll. Jetzt habe ich keine Notizier. Shit. Toll. Super. Wahnsinn. Gott im Himmel. Schuckelheit. Ich hasse sie. Es gibt nichts, das mit mir Angst einflößt. Ich weiß nicht, was ich diesmal falsch gemacht habe. Vielleicht habe ich gar nichts getan. Vielleicht war es mein Fehler, überhaupt geboren worden zu sein. Ich glaube, mein Vater möchte mich loswerden. Nicht, weil ich etwas falsch gemacht habe, sondern nur, weil ich existiere. Er will mich einfach nicht in seinem Leben haben. Ich bin nur eine Plage für ihn. Welchen anderen Grund könnte es geben? Weil ich den Bleistift genommen habe, mit dem ich diese Worte zu Papier bringe, und wann auch immer ein klein wenig Licht durch die ritzenden Wänden dringt? Ich weiß es wirklich nicht. 24. März. Ich hatte einen Traum. In ihm habe ich meine Kleider ausgezogen, bin nackt durch den Gasthof gerannt und habe gestern angeschrien, als ob ich von Sinnen wäre. Sie hatten Angst vor mir. Es waren Erwachsene, doch hatten sie Angst vor mir. Doch es war nur ein Traum. In Wirklichkeit bin ich es, der Angst hat. Ich habe einen Teller zerbrochen, mein ganzes Abendessen ruiniert. Vater dachte, dass ich es mit Absicht getan habe. Ich tue nie etwas absichtlich. Meine Hände zittern. Ich kann nicht weiterschreiben. Frosch. 15. Mai. Ich bin nicht allein. Er läuft auch in diesem Haus herum. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Er sagt nie ein Wort. Er lächelt mich nur an. Ich schaue zu Boden und sage auch kein Wort. 6. Juni. Überraschenderweise ist er nett zu mir. Das ist nicht das, was ich an Anfang an erwartet habe. Immerhin habe ich nun Gesellschaft und meine Ausflüge in den Wald. Ich darf meinem Vater nichts verraten. Er würde nur wieder wütend werden. 11. August. Heute ist es wie so oft. Ich bin wieder in der dunklen Kammer. Doch diesmal ist er auch hier. Ich sage ihm, dass ich ein guter Junge war und dass ich nichts falsch gemacht habe. Die Schuld liegt bei meinem Vater und den anderen. Der alte Mann sperrt mich ein, weil er sich meiner schämt, weil er sich wünscht, ich wäre nie geboren oder zumindest jemand anderes. Anfangs glaubte er mir nicht, aber dann sagte er, dass ich recht habe. Er sagte, ich soll mir keine Sorgen machen und dass alles wieder gut werden würde. Ich entgegnete ihm, dass alles bereits gut sei, weil keiner von uns beiden je wieder allein sein muss. Ich bin kein Kind mehr. Ich muss nicht mehr auf meinen Vater hören, nur weil er größer und älter ist. Ich bin schlau und habe viele Ideen. Ich habe mit ihm in der Dunkelheit darüber geredet. Er sagte, ich sei krank und wenn schon. Vielleicht bin ich ja krank, weil die Welt mir all dieses Leid angetan hat. Wir werden uns nachts in die Wälder begeben, um gefährliche Bestien zu jagen. 2. Oktober Er ist schlafen gegangen, also gehe ich allein hinaus. Der alte Mann hat eine neue Hure in den Gasthof gebracht und denkt, niemand würde etwas mitbekommen. Ich habe gesehen, wie Whitehead einen der Bergarbeiter ans Gesicht spuckte. Ich ballte die Faust und räumte davon, sie beide mit ihm zu Brei zu schlagen. 7. Oktober Ich weiß nicht, was ich geplant habe. Es sind nur noch wenige Tage. Ich werde es ihm bald verraten. Ich weiß, wo der Alte die Fässer mit Schießbrümer versteckt hat. Sobald wir aus dieser verfluchten Kammer rauskommen, wird es ein Feuerwerk geben. Ich habe die Dame im Gasthof gefragt, ob sie mir ihre Zeilen kann. Sie hat dem Alten davon erzählt und sie dachte auch noch, ich sei N. Jetzt verrotten wir beide hier drin. Es ist nicht Nikolaus, der es schreibt. Ich hätte sie umbringen sollen. Menschen wie sie sind eine reine Platzverschwendung. Die beschissene Kammer ist der schlimmste Ort überhaupt. Ich wünschte, ich könnte sie kurz und klein schlagen. Ich kenne jedoch noch einen weiteren Ort, der der Kammer sehr ähnlich ist. Dunkel, kalt und höllenhaft. Er muss brennen, wenn wir unserem Leiter ein Ende setzen wollen. Die Menschheit ist nichts als Abschaum. Ich habe es schon immer gesagt. Someone's at the door. Das ist keiner. Ich sage, es ist keiner. Der ist schon drin. Kapitel 10 Ich weiß jetzt, wer der Mann mit der Maske ist. Die Wahrheit offenbarte sich mir, als er mir erneut zur Hilfe kam. Es ist mein Vater. Als der Detektiv starb, verwandelte er sich in ein eisiges Phantom und brachte mich an den Rande des Todes. Die Kälte versenkte mir die Hände und das Gesicht. Eiszapfen bahnten sich einen Weg zu meinem Herzen. Doch mein Vater, sein Antlitz hinter Maske und Zylinder verborgen, rettete mich erneut in letzter Sekunde. Einem Geiste gleich taucht er auf und verschwindet wieder. Heißt das ja weit wie die anderen nicht mehr unter den Lebenden? Und versucht er jetzt, mich vom Jenseits aus zu beschützen? Ich hätte ihn schon eher erkennen müssen. Seine Kleidung, sein Zylinder. Er war der Fluch meines Daseins, als er noch lebte. Warum ist der jetzt also auf meiner Seite? Je mehr ich entdecke, drücke eine beliebige Taste, desto weniger verstehe ich. Es hört nicht auf mit Höhen. Es ist er, mein Vater. Warum ist er mich beschädigt? Was ist er mir zu sagen? Wenn es streamen will und YouTube. Wir sehen uns bis dahin. Euer Firefox.